So, und gleich eine neue Nachricht. Die hat man am Ende des letzten Videos ja schon gesehen. Äh, lieber Gerogon.de Wir haben deinen Erfolg in den letzten Jahren beobachtet und würden dir gerne eine Einladung zu der größten Spiele-Convention auf dem Planeten geben. Games, Games, Games ist auch bekannt als die G3. Hm, hm. Das sollte eigentlich eine andere Buchstabe hin, ha? Äh, dadurch, dass du deine Firma in der G3 hast, kannst du sowohl Fans als auch Hype für deine Spiele generieren. Äh, und wir denken, dass deine Zuschauergruppe es lieben würde, dich dort zu sehen. Wir werden dich jährlich darüber in Kenntnis setzen. Mit beiden Optionen? Was? Achso. Vielleicht können wir entweder was für die Fans machen oder was für den Hype. Das müssen wir uns dann nochmal genauer angucken. So. Game Reviews sind drin für UFO 2. Komm schon. Die Zahlen, also Design und Technologie sahen gut aus. Aber unsere Jungs waren ganz schön abgespannt. Mal gucken. Äh, naja. Keine 6 wäre schon mal schön. Also ein glattes 7er-Spiel könnte ich mitleben. Das bringt wenigstens Geld. Und noch nachts hinten dran. Das ist doch okay. So, du. Urlaub. Du. Machst schon Urlaub. Okay. Du. Forscht. Und zwar. 3D-Grafik 3. Dialog Tree. Mal Dialog Tree. Und du. Forscht. Passend dazu. Branching Story. Das heißt, das nächste Spiel, was wir entwickeln, sollte irgendwas sein, wo Dialoge wichtig sind. Also ein RPG zum Beispiel. Und. Katsching. Katsching. Sehr gut. Die sind wieder da. Hm. Du. Hm. Nee, nicht trainieren. Wir warten kurz, bis die Jungs fertig sind. Und machen das nächste Spiel. Das wäre. Kling, kling. Jetzt. Neues Spiel. Also. Genre. Irgendwas, wo Gespräche wichtig sind. Also ein Adventure oder ein RPG, würde ich sagen. Baldur Skate wollt man machen. Na gut, machen wir ein RPG. Für Erwachsene. Es soll groß sein. Baldur Skate 1. Es ist ein Fantasy RPG. Für welche Konsole wohl? Für die inzwischen auf 16% runter. Das tut ja schon fast weh. Und der Gamelink ist viel wichtiger gerade. Aber nö. Ich ziehe es durch. Wir machen nur für den PC. Und Game Engine ist, ja, ein Problem. Diese neue Dialogoptionsdinger, da brauchen wir eine neue Engine für. Also ja, das wird so nix. Wir brauchen kurz vorher Create Custom Engine. Und zwar die G-Rengine 1.2. Mit Branching Stories und Dialog Tree. 560.000. Ne, komm, da hauen wir gleich noch mehr rein. Also, du erforscht 3D-Grafik 2. Du erforscht Multiplayer. Du erforscht... Wie? Ne, brauchst du nicht. New Topic könnte man mal freischalten. Also nicht für das Spiel hier, sondern für später. Du trainierst. Und zwar das Piratending, weil du der Designer bist. Und du trainierst... Was machst du? Zeitig nicht weiter, ne? Ne, gut. Also das ist Design. Don't repeat yourself. Code incomplete. Das klingt nach Forschung oder Technik. Genau wie das da. Ich probier mal ganz kurz GameDevGems. Und guck, was er bekommt. Plus 2, plus 2. Okay, GameDevGems ist wohl ausgeglichen. Das Piratending ist primär auf Design. Oh. GameConvention. Die große GameConvention wird in 4 Wochen sein. Also, für uns in einer Minute oder so. Wie willst du daran teilnehmen? Mit einer Small Boost, Medium Boost oder Large Boost? 1,5 Millionen. Okay. 500.000 ist eine gute Investition. Hoffe ich mal. Also ich nehme die Medium Boost. Choose. So. Die Jungs sind noch am trainieren. Nehmen, 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 nehmen. Contract Work. Nein. Custom Engine. Mit dem da. Warte mal. Können wir nicht einfach die alle rausnehmen? Branching Stories. Das ist doch auch exklusiv. Also wenn wir das haben und das, macht das gar keinen Sinn. Multiplayer. Dialog Tree. Noch irgendwas, was raus kann? Ja, Joystick kann eigentlich raus. Aber... Kostet nur 10.000. Aber diese Sache hier. Naja, Spiele sind zusammengesetzt. Manchmal aus mehreren Arten von Design. Also dass der Kampfscreen zum Beispiel 3D ist und die Weltkarte dann 2D. Ich habe jetzt echt keine Ahnung. Also machen wir einfach mal alles. Geld zuschmeißen hilft immer. So, G-Ren-Gin. 1.2 war das, glaube ich. Für 610.000. Dich nehmen wir auch mit auf, wenn es nicht so wirklich viel Sinn macht. So, plop, 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 plop. Das muss ganz schnell gehen. Wir brauchen bald ein neues Spiel, sonst haben wir ein Problem. Ufo 2 ist raus. Wir haben keine Einnahmen mehr. Game Convention. Sind das Besucherzahlen? Wahrscheinlich. Ufo 2, Quake Engine und so Zeug. 75.000 Besucher. So groß ist die Stadt, in der ich lebe. Okay, kann ich mit leben. Auch wenn das eine halbe Million gekostet hat. Wir haben es nicht in die Top 100 geschafft. Aber sobald wir mehr Fans bekommen, sei das gut. Wie viele Fans haben wir durch das Ding jetzt bekommen? Keine Ahnung. Hätte ich mir ja vorher mal aufschreiben sollen, wie die Zahlen da waren. Aber na gut, die Engine ist gleich fertig. Und wir können Sequels erforschen. Jetzt, wo die Engine gerade fertig ist. Aber so, Engine fertig. Eine Engine mit über 500.000 Kosten. So, jetzt schnell. Ich sagte schnell. Neues Spiel. Mit Engine 1.2. Mittleres Spiel. Topic. Fantasy. Genre. RPG. Plattform. Naturell. PC. Du bist nicht Game 17. Du bist Baldur's Gate 1. Haben wir alles? Haben wir alles. Okay, es soll 3D Grafik Version 2 haben. Zum ersten Mal. Auch wenn das nicht so ganz passt. Aber nee. Start Development. Kevin Flynn meckert. Es ist viel zu heiß in unserem Büro. Und die Hitze beeinflusst unsere Arbeit. Wir sollten einen Air Conditioner kaufen. Kaufen. Ja. Arbeitsplatz sollte immer möglichst angenehm sein. Arbeit an sich ist meistens schon scheiße. 90.000 allerdings ist ganz schön happig. Aber gut. Ich setze jetzt alles auf eine Karte. Wir haben ja auch schon ziemlich viel für die Convention ausgegeben. Das heißt, wir geben jetzt auch 90.000 dafür aus. Und setzen einfach auf Baldur's Gate 1. Dass das Spiel das rausreißt. Wenn nicht, fangen wir einfach von vorne wieder an. Und haben ja jede Menge dazugelernt. Und machen es dann beim zweiten Anlauf wesentlich besser. Also kann nicht so wirklich viel schief gehen. Also ja, wir hätten gerne einen Air Conditioner. Sehr geil. Wird sogar angezeigt. Okay. Engine Gerugon ist okay. Gameplay Martin Pearson ist auch okay. Das muss geändert werden. Story und Quests sind viel wichtiger. So. Branching Story gehört mit dazu. Und das ist wirklich exklusiv. Multiplayer gehört mit dazu. Und Joystick gehört eigentlich... Oh. Was ist das jetzt? Ha. Man kann wohl nur bestimmte Anzahl an Sachen hier auswählen. Sonst kommt man irgendwann auf... Das da. Was weiß man das bedeutet. Aber ja. Joystick kann weg. Passt eh nicht so gut. So. So. Grant Weiss. Wert am meisten Design. French. French macht bitte das. Das ist nämlich sehr wichtig in diesem Projekt. Okay. Wir müssen jetzt sehr darauf achten, alles richtig zu machen. Weil sonst wird das Ding ein Flop und wir können uns keinen Flop leisten. Die kloppen aber richtig gut mit dem Air Conditioner. Wir schreiben rote Zahlen. Oh. Sobald mein Konto unter 200.000 geht. Also unter minus 200.000 haben wir verloren. Das ist ein kleines Detail, das ich gerne früher gewusst hätte. Aber ich hoffe mal, dass wir es in einem Monat schaffen. Mal schauen. Also Dialoge sehr wichtig. Level Design. Ja, okay. AI. Geht so. Dialog Tree. Auswählen. Müssen wir das jetzt bezahlen? Wenn wir das jetzt bezahlen, müssen sie es nicht so gut. Äh. Okay. Zack. Minus 200.000. Ich glaube, wir haben gleich Probleme. Wir geben ihm 400.000. Dafür hätten wir gerne 800.000 in einem Jahr. 100% Zinsen? Was für Arschlöcher. Wir haben nicht wirklich eine Wahl. Okay. Das Ding muss jetzt super einschlagen. Sonst haben wir ein Riesenproblem. Wir haben jetzt schon keine Kohle mehr. Boah. Mist, Mist, Mist. Okay. Sound kann... Er ist total überladen. Kannst du das hier machen? Du musst ihn noch überladen. Okay. Das muss ein bisschen runter. So. 99% ist okay. World Design Markrand Wise. Wir hätten gerne... Stereo Sound. Das Spiel muss gut werden. Ja, das Play System ist da. Das interessiert uns nicht. Wir gehen gerade bankrott. Ja, ja, ja. PS1 war auch toll. Aber es interessiert mich gerade nicht. Und... Monatsende. Und... Monatsende. Nein. Och, Menno. Ich hätte gerne gewusst... Wir sind fertig. Ja, ist bankrott gegangen. Und wir wurden aufgekauft... Von EA. Okay. Ein sehr... Übles Ende. Von EA aufgekauft zu werden. Ja, wir sind erfreut darüber... Die Rechte dann zu haben. Ihr mich auch. Was ist denn Restart Level? Och, nö. Wenn, dann will ich ganz von vorne anfangen. Nee, nee, nee. Komm. Ich muss gar nicht anfangen zu reden. Ich mache jetzt einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge... Fangen wir ein neues Spiel an. Was machen wir im neuen Spiel anders? Ich denke... Ich werde diesmal... Das machen, was ich vorher nicht vorhatte. Vorhatte. Sie ist jetzt widersprechend... Ist immer toll. Gerade als Let's Player... Und oder Politiker. Also werde ich... Immer auf die Konsolen gehen... Die gerade am hippesten sind. Und auch auf... Die Zielgruppe gehen... Die gerade innen ist. Das heißt, mir geht es jetzt einfach nur ums Geld. In der zweiten... Staffel, in Anführungszeichen. Also in unserem zweiten Leben... Bei diesem Spiel. Mal gucken, wie gut wir damit klarkommen. Wahrscheinlich wesentlich besser. Aber ja. Dann sehen wir uns gleich wieder.